Alle Jahre wieder fällt Weihnachtsmacken und Rummel aus. Kein Programm und Buden und Partys bei uns zu Haus. Schuld ist nur Corona, jetzt bald das dritte Jahr. Könnt ihr euch erinnern, wie's vor dieser Zeit noch war? Schule, Freizeit, Kita, alles geht nur mit Tests. Tragen wir schon wieder Masken zum Weihnachtsfest. Wünschen euch Gesundheit, macht die Adventszeit schön. Haltet euch, bleibt friedlich, bis wir uns wiedersehen.